Hallo Leute, ich darf euch begrüßen zum IED Worship Tutorial. Ich darf euch zeigen, wie ich Komm, komm, du Sohn des Höchstens spiele. Und zwar in E-Dur, ich spiele es aber auf Kapo 4 und greife C-Dur. Ich spiele es euch einmal vor und zeige euch zum Schluss, wie ich die Akkorde genau spiele, beziehungsweise habt ihr ja den Zettel, wo die Akkorde auch aufgezeichnet sind. Komm, komm, du Sohn des Höchstens, komm, er ragt, sie reißt die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels, komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser liegt. Ich weiß, dass ihr hoch und umsteht, worüber all dem Stadt ihr geht. Ich weiß, dass mein Erlöser liegt. Das ganze Lied besteht fast nur aus vier Akkorde. Und zwar ist das das 1x7. Und zwar mache ich da mit dem Zeigefinger ein Hammering. Während ich seit dem Anschlag gebe ich den Finger erst drauf. Genau. Dann ein Fmaj7 spiele ich. Und zwar mache ich da auch ein Hammering mit dem Mittelfinger. Genau. Beim C mache ich genauso ein Hammering mit dem Mittelfinger. und dann ein normales G über H. Und schlage ich bei den Strophen zumindest, indem ich hinten, also ganz am Ende der Saiten, die Saiten leicht abdämpfe, sodass das halt ein bisschen dumpf klingt. Genau. Also das Dämpfen ist ein bisschen zum Ausprobieren. Das muss man einfach ein bisschen üben bis hin hat. Gut. Danke. Danke.